Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nanny, dem Anime-Talk. Wir sind heute bei der 59. Folge des Podcasts mit der fabelhaften und einzigartigen Jolina. Das ist sie. Und ich bin, das bin ich. Und wir haben natürlich auch wieder den fantastischen Host der heutigen Sendung und auch immer wieder mit uns dabei. Es wird immer holpriger und holpriger. Es wird immer holpriger. Aber natürlich Wirt. Wirt ist natürlich auch dabei. Das ist super. Ich muss erst mal gucken. Wir machen jetzt 59 Folgen lang, aber trotzdem sind die Animationen holpriger denn je. Also das muss man auch schaffen. Ja, ja, ja. Bevor wir loslegen mit den ganzen Anime, die wir dieses Jahr geguckt haben, eine Kleinigkeit noch für euch da draußen. Eine kleine Info. Und zwar geht es darum, dass wir eine kleine Pause machen werden für den nächsten Monat und voraussichtlich erst im April wieder da sind. Ich muss gerade überlegen, welchen Monat wir sind. Aber ja, es ist Anfang Februar. Wir sind im April wieder für euch da. Wir sind kurz weg, genießen ein paar neue Anime, alte Anime, entspannen uns ein bisschen und sind natürlich dann wieder für euch da für die 60. Folge. Jede Folge, jede Folge ist für mich immer wieder so ein Fest, wo ich einfach feststellen muss, damn, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind ein weiter Weg, wir sind ein weiter Weg. Auf jeden Fall. Ich finde, 60 Folgen ist schon besonders. Es ist besonders, vor allem wir als kleiner Podcast aus zwei Personen und Leute, die einen Podcast beginnen, gibt es viele, aber die uns dann auch wirklich durchziehen über die Jahre und auch so viele Folgen aufbauen. Ich finde das schon, da kann man sich selbst auf die Schulter klopfen, ne? Da kann man sich schon selbst auf die Schulter klopfen und das ist hervorragend. Ja, 60 Folgen, was haben wir dieses Mal für die 59. Folge? Ich sehe gerade, du hast einige alte Sachen gequokt, beziehungsweise es sind zweite Seasons größtenteils oder zweite Hälften und es ist bei mir auch, ja, es ist bei mir eher was Neues, aber es sind auch eher so was kurzlebige Sachen, die ich gefunden habe. Womit wollen wir dann am besten anfangen? Was denkst du? Womit hast du am meisten Lust gerade? Ich überlege mal, ob ich einfach mit dem Ersten von mir anfange, quasi mit den Muggis. Mit den Muggis, hau raus. Genau, wir sind, also gerade läuft ja viel, also in der Season laufen auch teilweise wieder einige Fortsetzungen, unter anderem natürlich auch die Fortsetzung von Maschel, also Maschel Season 2. Die erste Season lief ja, glaube ich, erst Ende letzten Jahres. Ich weiß nicht, ob da eine Pause zwischen war oder nicht, aber wenn, dann war die Pause sehr, sehr kurz. Ich glaube, so im Sommer oder so im Herbst war das, ja, ungefähr. Aber ich glaube, die Pause war recht kurz. Und ja, jetzt geht's in dieser Season direkt schon mit der, ja, mit der zweiten Season weiter bei Maschel. Und für die, die nichts von Maschel gehört haben und vielleicht noch nicht so richtig wissen, ja, warte, was labert die jetzt hier für ein Maschendrahtzaun? Aber, ähm, Maschel ist zusammen, äh, eine Zusammensetzung von Masch und Maschel, weil unser Protagonist heißt tatsächlich, äh, Masch Bernadette. Und, ähm, ja, es spielt im Prinzip in der Welt, äh, ich will nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen, damit die so ein Feeling dafür bekommen. Es spielt in so einer magischen Welt und könnte sagen, ja, okay, der hat, äh, wenn man hier Analogie ziehen will, der hat eigentlich Voldemort gewonnen. Äh, das heißt, ähm, ja, alle magische Fähigkeiten ist irgendwie alles, ähm, und Leute ohne magische Fähigkeiten werden, ja, tatsächlich irgendwie hingerichtet oder, ja, kommen irgendwie, werden weg, weggemacht. Okay, ja, ja. Ähm, genau, man muss, ich hab ja wie gesagt schon so eine kleine Harry-Potter-Analogie gezogen, es ist halt wirklich, also es fühlt sich so ein bisschen an wie Harry-Potter-The-Parody-Anime oder so. Ja, es ist, ähm, Harry-Potter-Analogie. Ja. Wortwörtlich. Also, ähm, das, ich hab, als ich den Manga gelesen habe und den an mir geguckt, dachte ich so, ey, ganz im Ernst, dass da noch keine Klage rausgekommen ist. Also, die Charaktere sehen sich schon mal zum einen sehr, sehr ähnlich und auch der Aufbau, äh, dieser magischen Akademie ist auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, also, ähm, ja, also der Headmaster, der Rektor, der sieht ja auch einfach eins zu eins wie Dumbledore aus, eine Lehrerin, die sieht einfach wie McGonagall aus, es gibt einen blonden Charakter, der sieht einfach aus wie Draco Malfoy. Ja, stimmt. Und ich glaube auch, Mesh sieht ein bisschen aus wie Harry-Potter. Ja. Anstelle der Narbe hat er dann halt so das magische Zeichen unter seinem Auge. Stimmt, ja. Das, äh, ja, also, die sind gewisse Anspielungen da auf jeden Fall, ähm, aber es ist natürlich irgendwie auch ein klassischer, was heißt ein klassischer Anime, aber es ist halt ein Anime. Ist es ein Battle-Anime? Würdest du sagen, es ist so ein typischer Kampf-Shonen-Anime oder eher nicht? Hm. Gute Frage. Ich finde, also, es gibt natürlich irgendwie schon Kämpfer. Hm. Ja, vielleicht schon, vielleicht schon. Ja, ja, also, ich dachte tatsächlich auch so, geht ja auch Richtung Magie und One-Punch-Man. Ja, genau. Das ist genau so, so ein bisschen so magischer One-Punch-Man quasi. Ähm, ja, und in der ersten Staffel, also, es war halt für Mesh so ein bisschen schwierig. Mesh wird nämlich ohne magische Kräfte ja geboren und, äh, muss halt irgendwie versuchen zu kompensieren, ähm, weil, wie gesagt, Leute mit magischen, ohne magische Fähigkeiten werden halt, äh, ja, hingerichtet, beziehungsweise werden irgendwie entsorgt. Und, ähm, ja, er muss halt gucken, okay, wie, wie komme ich in dieser Welt, die von Magie regiert wird, zurecht, wenn ich gar keine magische Fähigkeiten habe. Und sein Großvater schickt ihn quasi auf die Magie-Schule auch, damit er irgendwie gefühlt ein normales Leben haben kann. Beziehungsweise wird er mehr oder weniger auch so erzwungen, weil, weil er auf, aufliegt mehr oder weniger bei so einem, äh, Ministerium, was das eben überwacht. Die sagen, ja, okay, gut, er ist ja noch ein Junge, schicken auf die Magie-Schule, vielleicht, halt wird er schon. Ja, aber, das macht überhaupt keinen Sinn, er hat keine magischen Kräfte und wird dann auf eine Magie-Schule geschickt. Aber, ja. Aber sein Ziel war es ja auch, diese Schule, dieses Konstrukt von Magie und Nicht-Magier dann ja zu zerstören. Ja. Und das, äh, nimmt jetzt tatsächlich auch nochmal in der zweiten Staffel so ein bisschen, so ein bisschen Fahrt auf, weil, ähm, er hatte in der ersten Staffel, hat er, wurde er so ein bisschen berühmt dafür, dass er sehr, sehr mächtig ist, mehr oder weniger. Und es, äh, ging aber das Gerücht um, ja, aber er kann, er kann eigentlich gar nicht zaubern, so. Und das ist natürlich dann, das heißt, da wurden dann die, die Gottessäer und das, äh, Magie-Ministerium da auf ihn aufmerksam und haben ihn erstmal vorzielt. Die haben gesagt, Junge, du hast keine magischen Fähigkeiten. Du bist jetzt nicht. Und dann, ähm, ging da halt tatsächlich so eine, so eine Diskussion los zwischen diesen verschiedenen Ministerien. Und die sagen, ja, aber er, er kann halt schon krasse Sachen machen und so und, und dies, das. Und dann ist ja der Schulleiter für ihn ausgesprochen und so. Und ja, im Endeffekt ging es darum, okay, er hat eine Schonfrist, aber er muss jetzt halt auch zeigen, dass er was auf dem Kasten hat. Weil es gibt halt quasi noch so eine, so eine, so eine, ähm, anderen Voldemorten. Innocent Zero mehr oder weniger heißt der, ähm, der halt, ja, dem ist tatsächlich egal, wie viel magische Fähigkeit man hat. Das ist eigentlich ein Reverse Voldemort. Aber Hauptsache, man kann irgendwie was erreichen. Es zählt nur die, die Dedication und die Leistung, die man so bringt. Aber irgendjemand, das ist ja nicht so richtig gut. Das ist ein richtiger Waldorf-Lehrer. Also, es geht halt einfach nicht darum, dass man sich mit anderen misst, sondern es geht darum, wie, wie viel man aus seinen eigenen Möglichkeiten heraus schöpft. Genau. Was ja gar nicht so schlecht ist. Eigentlich nicht, ne? Aber irgendwie ist er der Bösewicht. I don't know. Okay. Anyway. Ja, und in der zweiten Staffel, ja, muss halt Masch sich so ein bisschen beweisen und nimmt dabei so eine magische Prüfung teil. Ist nicht dein Ernst, dass das auch noch eingebaut wird. Und, ähm, muss da halt in diesem Turnier quasi gucken, okay, wie kommt er durch diese verschiedenen Prüfungsabschnitte, ohne halt Magie zu besitzen. Und, ja, dabei hilft ihm, ja, seine Muskelkraft, aber auch natürlich die Kraft der Freundschaft. Ach, das jetzt auch. Ja, stimmt, er hat ja Freunde aufgebaut. Ja, er hat Freunde, Freunde aufgebaut. Freundschaft. Ja, weil, ähm, er hat nämlich den einen oder anderen tatsächlich mit seiner Geschichte berührt und diesem, hey, vielleicht sollten wir, ähm, Menschen nicht danach beurteilen, ob sie nun magische Fähigkeiten haben oder nicht. Ähm, und will quasi mehr oder weniger die Regeln der Welt umstürzen. Wobei, ja, das, äh, er ist jetzt nicht der, er ist jetzt nicht der heroische Martin Luther King, der der epische Reden schwingt, sondern er sagt, ja, okay, reich, passt da. Komm, nicht so, ich hab einen Traum, sondern, okay. Also, ein bisschen so wie Saitama. Genau. Ja. Ähm, und die Sache ist ja so ein bisschen die, wenn man, wenn man halt dieses Ausgangssetting hat, so, ähm, ist es ja oft irgendwie, also zum Beispiel bei One Punch Man ging es mir auch so, dass ich das Gefühl hatte, oh, es hat sich so ein bisschen abgenutzt, sag ich mal. Es ist so ein bisschen, ne, gerade wenn halt dieser einzige Trope ist, so, ja, okay, ich bin ultra stark und mache irgendwie alles mit Kraft und, ähm, das, ja, das wird halt vielleicht auch schnell irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich, interessanterweise war das bei Marshall in der zweiten Season für mich nicht so, sondern es war sogar so, dass ich noch mehr Spaß hatte mit der zweiten Staffel, ähm, und ich finde es sogar noch ein bisschen spannender, weil man so diese Ebene der, dieser flachen Witze so ein bisschen verlässt, sondern es ist nicht nur so quasi diese Comedy-Szenen, ähm, in der magischen Schule, wo man sagt, okay, wie, wie macht ihr das jetzt, sondern es ist halt wirklich auch, es gibt halt eine Storyline, man nennt die Charaktere ein bisschen besser kennen, ähm, und die, ja, wird halt irgendwie gefühlt, auch ein bisschen tiefgründiger, so nach dem Motto, okay, was ist irgendwie eigentlich Glück, was ist irgendwie, wie möchte man sein Leben leben, was ist, macht irgendwie Menschheit aus, oder so, ähm. Interessant, weil für mich war halt so, die erste Staffel, als ich die angefangen habe, ich dachte so, okay, der Manga war halt nicht so stark, und ich hab nur so gehofft, dass durch die Animation dann viel rausgerissen wird, es wurde tatsächlich sehr viel aus den schwachen Zeichnungen des Autors dann rausgeholt, und es hat auf eine gewisse Seite Spaß gemacht, aber es hat mich dann auch wieder schnell verloren, weil ich einfach nur dachte, ja gut, es ist eigentlich immer das Gleiche, und das, was du jetzt gerade erzählst, macht mich jetzt einfach, einfach neugierig, weil ich finde es einfach spannend, dass das jetzt doch noch interessanter wird, weil für mich war es halt einfach, jede Folge fing ungefähr gleich ab, so, oh, irgendein Typ von der Schule kommt und sagt dann, hey, äh, du hast aufgemuckt hier bei dem, äh, bei der Prüfung und so weiter, ich fordere dich jetzt heraus, und dann besiegt er mit so einer puren physischen Kraft, und dann so, oh, vielleicht bin ich ja das Problem, oh, was ist denn jetzt los, und so weiter, und dann werden sie freundlich, da so, hm, naja, gut, ähm, ja, 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 ich, ja, ich, ja, ich, ja, ich, ja, ich verstehe es, ich verstehe es total, auch, finde ich so der, die erste Staffel so gegen, nach ein paar Folgen hat es jetzt auch so ein bisschen an Fahrt verloren, aber es ist irgendwie bei der zweiten Staffel, finde ich nicht so, also dadurch, dass man jetzt halt wirklich diese, diese Storyline hat, und, ähm, ja, es so ein bisschen, so ein bisschen weitergeführt wird, oder tiefer geht, finde ich, dadurch, ähm, finde ich tatsächlich, bleibt es spannend, ähm, und macht, äh, immer noch Spaß, also, ja, ich kann es, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ähm, und auch, wenn man vielleicht irgendwie so merkt, oh, im Verlauf der ersten Staffel, ähm, es wird vielleicht irgendwie so ein bisschen, ein bisschen eintönig, oder so, die zweite Staffel ist schon noch, noch ganz witzig, ähm, und ist auf jeden Fall unterhaltsam, und ein bisschen spannender, weil man eben nicht nur an der Oberfläche so kratzt, ähm, von daher lohnt sich das, und natürlich, natürlich das Intro. Alter, du hast mir einmal das Intro geschickt, und danach wurde meine Timeline komplett voll gespielt. Es ist infiziert, aber es ist wirklich ein gutes Intro. Ja. Also, es ist, ähm, als ich es gesehen habe, dachte ich so, ja, das Intro ist besser als der Anime. Ja. Es ist geile Bildsprache, geile Musik, es ist bunt, es ist actionreich, ich, ich mochte irgendwie alles daran, aber es hat mich, da ich die erste Staffel schon zum Teil gesehen, da hat es mich sehr abgetönt, aber da du mir jetzt gesagt hast, ja, die zweite Staffel wird um einiges besser, bin ich jetzt echt neugierig, und werde, glaube ich, dem nochmal ne Chance geben, weil vielleicht ist, es ist ja eigentlich alles, was mich anspricht. Ich mag halt Turniere, ich mag halt Battleshounens, ähm, der Hauptcharakter ist so stumpf, das mag ich auch sehr gerne, aber irgendwie war es mir dann doch zu stumpf, aber jetzt bin ich gespannt. Ja, also man muss halt, also die ersten ein, zwei Folgen sind halt wirklich so der, ähm, der Auftakt, wo so ein bisschen irgendwie das Setting quasi definiert wird, wo viel geredet wird tatsächlich, und dann geht's aber, geht's aber los, und, ähm, ja, ich hab die ganze Zeit so eine Szene im Kopf, so zu Beginn ist, oder eine Szene in diesem magischen Turnier war halt so, okay, sie haben halt so drei Kristalle und sie müssen die beschützen. Okay. Und ihnen fallen, ihnen fallen, also in Maschinen fällt halt, instant der Kristall fällt ihm halt sofort hin. Das ist so. Okay. Dann guckt ihr so ein Freund, dem Freund fällt ihm auch, der ist so, schau dir hin. Und so. Und dann haben die noch ein. Ja, cool. Ja, cool. Okay, hey, aber das ist aber guter Humor, das gefällt mir ganz gut. Gleich zu Anfang einfach mal so die Chancen verringern. Ja. Durch Dummheit. Ja. Und das ist, also, ich weiß nicht, ich find's halt, ich find's halt witzig, und gerade weil halt in dieser Prüfung muss halt wieder so gucken, okay, wie krieg ich das jetzt hin? Und, ähm, weil es halt so Aufgaben sind, die man halt auf verschiedene Arten und Weisen lösen kann, und, ja, die Lösungswege sind teilweise sehr, sehr witzig und absurd natürlich irgendwie, ja. aber ja, also es macht auf jeden Fall Spaß ja, bin ich sehr gespannt werde ich bestimmt dann nochmal nachholen wenn die Zeit mal kommt weil das Problem ist, du machst Pause mit Anime und es kommen dann immer wieder neue und viele neue Anime es ist ein First World Problem, es ist ein Luxus dass wir mittlerweile mit so viel Anime zugespült werden und auch gute Sachen und es ist auch schön wieder zu hören, dass einige Sachen, die am Anfang halt nicht so gut waren, dann besser werden immer noch besser als andersherum das will man natürlich nicht haben dann würde ich sagen, ich mach dann mit dem nächsten weiter, ich hab leider nicht so viel geguckt aber ich hab eines der neuen Sachen geguckt und das ist auch jetzt jetzt wird es ganz merkwürdig und zwar es ist ein Prequel zu einem der bekanntesten Franchises aller Zeiten und zwar ist es Monsters 103 Mercies of Dragon Damnation wilder Titel und wenn du mir den Titel sagst, hab ich keine Ahnung zu was zur Hölle das ein Prequel sein soll wenn du nicht in die Notizen schaust, würdest du es nie wissen und zwar ist es ein Prequel zu One Piece und ich genau hä, warum ähm, also muss man mal ein bisschen weiter zurück ausholen weil es geht darum, dass es nichts mit diesen Piraten zu tun hat mit diesem Piraten-Setting es hat nichts damit zu tun mit Goldie, Roger und so weiter und so fort mit dem One Piece was da versteckt wird sondern es geht noch weiter zurück und ähm es ist, äh ursprünglich eine Kurzgeschichte von Eiichiro Oda gewesen die einmal in der Shonen Jump war dem Manga Magazin in Japan und äh es geht einfach darum, dass ein Schwertkämpfer namens Ryoma in ein Dorf kommt und dort auf eine Kellnerin trifft die dann ein schwere Schicksal hatte ihr altes Dorf wurde vom Drachen angegriffen und komplett zerstört und sie hat irgendwie noch überlebt und da kommt dann irgendwann so ein so ein anderer Schwertkämpfer neben Ryoma rein und das ist halt so ein ganz bekannter der hatte sie damals gerettet und es äh gilt so als anerkannter Schwertkämpfer Ryoma wollte eigentlich nur das Dorf so ein bisschen essen er will nichts Großartiges machen er ist halt so ein Vagabund reist hier und dorthin und trotzdem gibt es dann Ärger mit ihm und dem Schwertkämpfer und noch viele andere Probleme weshalb dann tatsächlich noch mal ein Drache kommt und dieses Dorf angreifen möchte und da möchte ich halt nicht mehr erzählen weil ähm es ist nur eine Folge es sind nur 25 Minuten und es geht halt um diesen Schwertkämpfer Ryoma der in dieses Dorf kommt kein Ärger machen möchte und äh sich dann vielleicht doch noch mausert es ist eine Vorgeschichte zu One Piece das habe ich euch erzählt und dieser Charakter erscheint ganz kurz einmal in One Piece okay in äh Thriller Bug Arc glaube ich war das und übergibt Zorro das Schwert was er dann hat und zu diesem Charakter haben sie eine Vorgeschichte gehabt okay das ist oddly specific also also es sind es sind nur 25 Minuten ja es sind nur 25 Minuten ich dachte das wird eine ganze Serie aber es ist nur eine Folge und die einzige Connection die es quasi zu One Piece ist es gibt ist das Schwert ist der Charakter und der Charakter ja der nur einmal vorkommt ja es ist wie gesagt das Ding ist erschienen bevor es One Piece gab und irgendwann hat dann Eiichiro Oda gesagt hey komm ähm erinnert ihr euch noch an diesen Charakter da den ich damals ähm mehrere Jahre bevor One Piece überhaupt erschienen ist mal geschrieben hat diese Geschichte das das ist die Brücke dazu das ist die Brücke zum zu One Piece dieser Charakter ist der aus meiner Vorgeschichte und er übergibt Zorro das Schwert und das ist die Geschichte dazu es ist es ist kein Redcon sondern wie nennt man das es ist ja etwas was man im Nachhinein dann mit einbaut ich finde es ist halb so wild es ist okay aber man kann glaube ich One Piece immer noch hervorragend gucken ohne das vorher gesehen zu haben es ist halt ein extra Goodie es ist ein extra Bonbon und es ist okay finde ich es ist äh es ist eine ganz einfache und äh seichte Geschichte die nett erzählt wird schön animiert und äh man erkennt da so noch ein bisschen die Inspiration seiner Charaktere die er von Eiichiro Oda die er dann One Piece einbaut weil Ryuma sieht halt so ein bisschen aus wie äh wie äh Lorena Zorro und der andere Schwertkämpfer sieht ein bisschen aus wie Mihawk Falkenauge ich finde ich finde es schon echt schön umgesetzt und es ist einfach mal nett zu sehen wie die Idee und halt so die Zeichenkünste von Eiichiro Oda früher ausgesehen haben und jetzt als Anime umgesetzt werden äh gerne mehr solchen Kurzgeschichten die dann halt irgendwie in das Universum mit eingebaut werden weil ich finde es steht einfach auch unabhängig davon man kann die auch einfach so gucken ohne sich mit One Piece auszukennen und äh für One Piece Fans ist es halt natürlich immer ein Bonus und wenn es davon mehr gibt dann umso besser es gibt ja eine ganze Kurzgeschichtensammlung von ihm die dann auch bei Kaisemanga erschienen ist unter Wanted und das ist eine dieser Geschichten davon okay aber das wäre nämlich auch die Frage so ein bisschen die ich gehabt hätte ob das quasi jetzt für wen ist das eigentlich interessant für Leute die irgendwie mehr zu One Piece haben wollen oder ist es auch irgendwie an sich so eine ganz nette Geschichte was würdest du sagen ähm für Leute die mehr von One Piece haben 100% schaut es euch an ihr werdet euch freuen weil ähm sie haben die Brücke sehr schön geschlagen die Brücke zu One Piece weil diese Brücke zu One Piece die die gab es ja in dem Manga nicht weil es zu dem Zeitpunkt noch kein One Piece gab deswegen haben die noch eine extra Szene hinzugefügt die dann die Brücke echt schön vorbereitet und ähm zu Zorro bringt während im Manga war es ja halt einfach so da sagt Eiichiro oder hey das ist die Vorgeschichte zu dem was ihr jetzt hier gerade lest und alle denken sich so ja okay ja gut akzeptieren wir jetzt mal so weil er einfach einen Charakter genommen hat den er den es schon mal gab na gut aber so finde ich das eigentlich viel schöner also zum Beispiel wenn du dich gar nicht damit auskennst hey es gibt gerade nichts zu schauen 20 Minuten schmeißt einfach mal rein guckst er an fertig abgeschlossen okay ist okay den gibt es wo zu gucken auf Netflix auf Netflix und das ist natürlich jetzt auch eine weitere Geschichte die ich auch sehr interessant finde dass Netflix mittlerweile sehr viel One Piece hat während Crunchyroll das nicht hat Crunchyroll hat nicht diese Vorgeschichte von 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 One Piece und jetzt hat auch Netflix dann den Anspruch auf die neueste Staffel von One Piece also selbst bei uns im Westen läuft die neueste Staffel von One Piece aber eine Woche später als das auf Crunchyroll also Crunchyroll hat immer noch das Vorrecht für die die Erstausstrahlung und Netflix hat danach die Woche später dann die Möglichkeit die Folge dann auszustrahlen das habe ich nämlich das ist mir auch gefallen ich habe stand auf einmal plötzlich ja hier One Piece auf Netflix ich so oh krass aber es hat nur die neueste Staffel glaube ich ne irgendwie ja es ist nur die neueste Staffel und in Japan ist es halt so dass ja alle Staffeln von One Piece auf Netflix weil die Japaner brauchen ja an sich gar kein Crunchyroll stimmt ja also auf Netflix Netflix Japan hat einfach unfassbar viele Sachen also wenn ihr ein VPN habt nutzt den und guckt dann die ganzen Anime dort zum Beispiel Oshinoko lief ja auch bei auf Netflix wo ich einfach nur dachte what the fuck warum läuft das auf Netflix und wir gucken es dann also auf Umwege auf äh hier Peppermint Anime und so und ich dachte so ey bei uns viel zu viele Anbieter bei denen läuft einfach ja alles auf Netflix ran mal an halb läuft auf Netflix und wir nix und ihr könnt die Sachen sogar mit die meisten Sachen mit englischem Untertitel gucken also Ranma hatte keinen englischen Untertitel aber alle anderen Sachen waren mit englischem Untertitel vorhanden und ich dachte so ja geil brauchst ja nur ein VPN und Netflix letztendlich ja ha not bad ja also nochmal hier so eine kleine äh kleine Exkursion Richtung One Piece und auch hier ähm das Reboot hatten wir bei der letzten Folge ja schon erwähnt erscheint ja auch auf Netflix und ist ja ist keine Sache die auf Crunchyroll läuft und äh ja die Live-Action-Serie so oder so ähm sounds good also ich weiß nicht ob es was für mich ist weil ich nicht so die deep in One Piece bin und das nicht so ganz so mein Ding ist aber ich glaube für diejenigen die damit irgendwie was anfangen können oder die zumindest irgendwie Bock irgendwie drauf haben mal so ein kurzes One-Shot sag ich jetzt mal sich anzugucken ähm klingt es auf jeden Fall nicht schlecht ja ja ich sehe gerade du hast hier noch eine andere Sache angefangen beziehungsweise du hast irgendwas noch fortgeführt was du in der letzten Folge auch schon mal behandelt hattest äh Classroom of Elite Season 3 ja was geht da jetzt ab was passiert da jetzt also genau das ist ja jetzt also Classroom of Elite ähm ist jetzt mittlerweile in der dritten Staffel einfach die dritte Staffel ist so krass irgendwie also es gibt so gefühlt gucke ich wenige Anime ähm wo ich irgendwann mit der dritte oder vierte Staffel komme das ist sehr selten ähm außer in Isterkei ja außer bei Isterkei Sword Art Online oder oder bei äh Attack on Titan natürlich Attack on Titan ja aber also zum Beispiel auch bei Sachen wie zum Beispiel ich hatte mal angefangen Bungo Stray Dogs heißt die Serie die ist glaube ich auch die ist richtig richtig gut eigentlich mega lang glaube ich auch mittlerweile aber die ist schon ich glaube die auch in der vierten oder fünften Season oder so die habe ich einfach irgendwann irgendwann aufgehört weil es ich weiß nicht ich habe es einfach irgendwann aufgehört weiß gar nicht warum aber ähm und es ist irgendwie so schwierig ich weiß dass es dann so schwierig wieder reinzukommen ja verstehe ich aber ähm bei Classroom of the Elite ähm Season 3 war es gar nicht so schwer reinzukommen muss ich sagen ähm vielleicht erstmal für die die davon noch nie gehört haben oder die vielleicht nicht so richtig was damit anfangen können also es geht im Prinzip in Classroom auf die Elite geht es um so eine Schule wo so die Kinder oder die Elite der Gesellschaft mehr oder weniger äh unterkommen und zur Schule gehen natürlich in Classroom ähm aber das spielt alles so ein bisschen nach etwas etwas anderen Regeln das heißt die Schüler haben selber kriegen halt immer so ein Geld zugeschickt das sie irgendwie frei verwenden können sie haben so eigene Wohnblöcke mehr oder weniger in denen sie wohnen haben aber auch teilweise sehr viel mehr Verantwortung und sollen quasi so ein bisschen dadurch durch so einen harten Prozess oder Selektionsprozess mehr oder weniger auch ähm auf ja ihr Leben in der Wirtschaftselite oder politischen Elite im Land quasi vorbereitet werden ähm dann ist es halt auch sehr leistungsfokussiert das heißt es gibt halt in jedem Jahrgang also es gibt glaube ich 11. 12. 13. oder so ich weiß nicht genau welche Klassen das sind eigentlich zu sein aber irgendwie so Oberstufe Oberstufe ich glaube es ist Oberstufe ja ähm Oberstufe und dann gibt es aber quasi eine Ab ja Unterteilung von A bis D quasi in die A-Klasse ist die super ultra krasse ähm die kriegen halt auch mehr Geld oh ähm haben halt mehr Freiheiten und Einfluss und die Klasse D die kriegt halt gerade mal so die kämpft halt ein bisschen ums Überleben sag ich jetzt mal und ähm ja in diesem Löwengehege mehr oder weniger kämpfen dann die Kinder mit Intrigen und Ränkespielen und ähm müssen halt irgendwie versuchen naja zurechtzukommen oder halt aufzusteigen ähm so ja das ist im Prinzip mehr oder weniger ähm so der Plot und die Stimmung ist also oft hat man das ja irgendwie so wenn man so so Classroom hat oder School ne Assassination Classroom oder sonst was ist halt sehr quatschig sehr sehr kindlich mehr oder weniger teilweise auch und das ist die Stimmung bei Classroom of the Lied ist sehr anders und deswegen finde ich auch ich finde es nicht so super ultra gut gewählt weil es suggeriert also dieses Classroom Ding suggeriert irgendwie immer sowas weiß ich nicht also man kennt so viele Anime die halt so in so eine Richtung gehen die dann halt sehr 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 klassisches Schulleben und Teenager und dies das und von der Stimmung her ist das aber ganz anders es ist halt sehr viel es ist die ganze Zeit sehr wie soll man sagen so ein bisschen angespannt so ein bisschen so ein Konkurrenzkampf genau so Konkurrenzkampf es geht halt die ganze Zeit darum okay wer ist irgendwie ja ne wer spielt jetzt irgendwie die nächsten Intrige was passiert als nächstes es ist so ein bisschen wie also es hat so ein bisschen was von Death Note mehr oder weniger nur ohne Übernatürliches ähm oder man könnte auch sagen vielleicht so Game of Thrones als Anime so ein bisschen so in die Richtung und als Schüler mehr oder weniger das war Ranking of Kings Game of Thrones ja ja genau Ranking of Kings ist das richtige Game of Thrones der Anime und das hier ist Game of Thrones Anime in einer Schule aber wie laufen die Intrigen also die bringen sich jetzt nicht gegenseitig um oder so oh oh nee nee nicht so richtig also mhm es gelten schon irgendwie gewisse Gesetze aber ich sag mal Erpressung körperliche also Verletzungen und so weiter und so das gibt's schon ähm Und, äh, ja, also ... Es ist ein bisschen so wie ... Oh Gott, ich hab ja den Namen vergessen. Äh, der Glücksspiel-Anime. Ja, ähm, äh, ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Kake, Kakegurui. Kakegurui, ja, genau. Da ging's ja auch so, dass so gewisse Ränke da sind. Und das sind ja alles reiche Kids, die dann mit dem Geld ihre Eltern spielen und sich dadurch dann halt, ähm, in der Hierarchie dann weiter hocharbeiten. Ja. Ja, es ist, genau, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist ein bisschen weniger crazy. Es ist ein bisschen nüchterner. Es ist ein bisschen, ein bisschen, ich weiß nicht. Hm, okay. Aber es scheint dich halt so sehr zu fesseln, dass du ja jetzt auch schon die dritte Staffel angefangen hast. Ja, total. Und das ist halt irgendwie spannend. Also wir verfolgen halt dabei unseren Hauptprotagonisten, Aya no Koji, und der ist halt, das Witzige ist halt, du weißt eigentlich am Anfang sehr, sehr wenig nur über diesen Protagonisten. Und du weißt halt, du kriegst halt irgendwie so mit, er gibt halt Zero-Fucks und gibt sich halt immer nur genau so viel Mühe, wie es gerade sein muss, um weiterzukommen. Und er wirkt irgendwie sehr, sehr blass und unsichtbar zunächst, wenn man so denkt so, ja, was ist denn das für ein Charakter? Er will nichts, hat keine Mimik so richtig. Und du lernst aber mehr oder weniger im Verlauf der Serie so ein bisschen mehr kennen, was seine eigentliche Motivation ist und warum er auf dieser Schule ist und was er da eigentlich vorhat. Und aber auch, wie er dann selber natürlich Teil irgendwie dieser Ränkespiele wird und tatsächlich ziemlich gut da drin ist. Und zwar so gut, dass ihn die Leute in der A-Klasse teilweise sogar fürchten. Und ja, das ist sehr, sehr spannend, einfach zu sehen, weil du siehst halt selber nicht so, du hast halt nicht dieses Allwissende, sage ich jetzt mal, wenn du zuschaust, sondern du bist selber am Rätseln. Du bist selber die ganze Zeit, okay, was machen die denn jetzt da? Und okay, jetzt hat er diese Schlüsse gezogen, was könnte er damit jetzt anfangen? So, und das ist halt wirklich jede Konversation, alles, was in diesem Anime stattfindet, hat irgendwie eine Art Bedeutung. So, also, was heißt Bedeutung? Aber also nicht im Sinne von, ja, irgendwas Transzendentales oder sonst so, es hat jetzt eine Bedeutung fürs Leben, sondern es ist halt so, du musst halt wirklich aufpassen, was die sagen, weil daraus dann sich quasi der weitere Verlauf und die ganzen Implikationen so ein bisschen ergeben und wer was macht und wer mit wem eigentlich verbandelt ist und so weiter. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Ich hatte das neulich irgendwie bei einer Episode, wo ich dann irgendwie kurz aufs Handy geguckt habe, ich musste dreimal zurückspüren. Ich musste dreimal zurückspüren, damit ich wirklich verstanden habe, ey, Moment, nee, nee, irgendwas fehlt mir grad noch an Info, damit ich das verstehen muss, ich da mal grad zurück. Ist das Schlimmste überhaupt, wenn man solche Animes schaut, wo man wirklich viel zu viel Hirnschmalz benutzen muss und sich überhaupt nicht ablenken darf. Das Gleiche hatte ich, wir hatten's vorhin erwähnt, Kakegurui, wo sie dann die Spielregeln erklärt hat, aber ich da so, nur mal kurz irgendwo einen Snack geholt und so, was ist grad passiert? Ich hab die Regel verpennt. Ja, und das, also das ist definitiv ein Anime, wo man, wo man so ein bisschen aufpasst, was ist aufpassen, wo man halt gedanklich da sein muss. Aber wenn man das kann und macht, hat man sehr viel Spaß damit, weil jetzt also diese, diese Mindgames-Komponente wirklich sehr, sehr spannend ist und es mal so ein bisschen was anderes ist, als irgendwie dieses klassische, klassische Schonen oder sonst was, was man sonst so hat. Wirklich, ja, macht auf jeden Fall Spaß zu schauen, auch in der, auch in der dritten Season noch und ja, man muss aber wirklich, also man kann nicht einfach irgendwie in der dritten Season zusammen anfangen, man muss wirklich bei der ersten Season anfangen, sonst gibt das alles natürlich irgendwie keinen Sinn. Okay, klar. Und erhältlich natürlich auf Crunchyroll, ne? Genau. Crunchyroll. Ah, nochmal kurz ein kleiner Einwurf. Bungo Stray Dogs, so viele Folgen hat das nicht, sind 41 Folgen, also für Leute, die jetzt sagen, ey, Leute, es beschwert euch nicht über Wungo Stray Dogs, dass es viel zu viele Folgen hat. Es hat nur 41 im Moment, aber es kommt. Es hat echt nur 41 Folgen? Ich hab eben grad geguckt, es hat nur 41 Folgen, aber, aber, äh, bestimmt kommen grad noch welche. Ich hab die Serie jetzt nicht wirklich geguckt. Anime-Serien, 41 Episoden in vier Staffeln. Ja. Und, äh, ja. Ah. Manga ist abgeschlossen. What? Ne, ah, es gibt, ah, es gibt, oh, es gibt ein Spin-off. Okay, der Manga läuft noch. Es gibt 24 Ausgaben und es gibt noch Bungo Stray Dogs. Bies. Bies. Okay. Okay, läuft anscheinend noch, aber. Also, okay, vielleicht, vielleicht soll ich da einfach mal wieder reinschauen. Genau. Wir, äh, nicht, dass Leute sich das gleich beschweren, hey, Bungo Stray Dogs, äh, ist nicht so viel, guckt es euch an. 41 ist an sich gar nicht so viel, da hab ich schon Serien gesehen mit viel Sachen, viel mehr so wie. Und wir haben definitiv schon Sachen gesehen mit viel mehr Folgen. My Hero Academia hat mittlerweile, glaube ich, auch mehr. Jojo's Bizarre Adventure, Ganz im Ernst, das hat sieben Staffeln. Oder? True, ja. Sind es sieben? Ja, oder? Jolene war siebte? Hä? Nee, Golden Wind war fünfte. Golden Wind war fünfte, sechste. Sechste, ja. Sechs Staffeln. Ja, komm, siehste, aber ist komprimierter, Jojo ist ein bisschen komprimierter. Aber, ganz anderes Thema, äh, Classroom of the Elite, äh, dritte Staffel, jetzt auf Crunchyroll erhältlich. Fans von Intrigen und, äh, dem Setting Klassenzimmer, was in Japan immer beliebter wird, ne, nicht immer beliebt war und ist, äh, wird da auf seine Kosten kommen. Ähm, ich hab das Gefühl, du hast auch was, was so ein bisschen mit Intrigen und so vielleicht zu tun hat. Ja, ich glaub, das ist im Moment einer meiner Lieblingsanime, die ich gucke. Auch wieder, ey, ganz im Ernst, es klingt schon wieder nicht so spannend, aber es sind die Tagebücher der Apothekerin, haben letztes Jahr schon Leute gesagt, ey, wird, schau da rein und Jolena, schaut da mal rein, ist ein guter Anime. Ich hatte den Manga gelesen, den ersten Band, den gab's beim Manga kalt, äh, fand ich interessant und, äh, die Story ist halt, ist Big Trouble in Ancient China, äh, ein Sea-Drama, als Anime, also, Schauplatz ist China und zwar geht's darum, dass das Mauerblümchen eine Mau Mau, eine junge Apothekerin ist, die dann halt im Bordell sich darum kümmert, dass die ganzen, äh, Prostituierten sich gut fühlen, dass sie gesund bleiben, et cetera, et cetera, entführt wird, als sie dann Kräuter sammeln war und dann wurde sie auf dem kaiserlichen Hof, äh, in den kaiserlichen Hof verkauft und arbeitet dort als Waschmarkt und, äh, mh, Maumau ist halt so ein bisschen, also, wie soll ich sagen, sie hat so eine ganz merkwürdige Einstellung, sie ist halt so, oh shit, ich wurde entführt, ach verdammt, jetzt arbeite ich jetzt hier als Waschmarkt auf dem Hof des Kaisers und, ach, ich hoffe, meinem Vater geht es gut und ich frage mich, wie es den ganzen anderen Prostituierten geht, mh, sie macht es halt einfach, sie nimmt es einfach hin und arbeitet und, ähm, irgendwann wird dann das Kind von einem der Frauen des Kaisers krank und, äh, sie findet dann heraus, guckt dann herum, versucht dann zu analysieren, was da los ist, weil sie ja selbst Apothekerin war und versucht dann so, ihre Skills einzusetzen und schreibt dann heimlich der Mutter des Kindes dann halt immer Zettel, die dann herausfindet, ah, okay, es scheint zu wirken, es scheint, äh, das Kind wird gerettet und da gibt es natürlich einen Eunuchen, der so ein bisschen überall seine Augen und Ohren hat und das natürlich sieht und meinte so, was machst du da? Wieso kannst du lesen? Alle anderen können nicht lesen und befördert sie dann halt zu ihrer Zofe, zu ihrer Magd und das kommt dann so nach und nach weiter. Es ist halt letztendlich ein bisschen wie Dr. House und Detektiv Con auf dem kaiserlichen Hof, weil sie nach und nach dann halt sich auch mit den Leuten anfreudet, auch Leute, die höhere Ränge haben, auch die ganzen, wie heißen die, wie heißen eigentlich die, die nicht offiziellen Frauen des Kaisers, einfach nur die, die, die Kinder von ihnen tragen, wie heißen die nochmal? Ich hab den mit... Interessen? Ne, ich hab, ich guck das gerade mit englischen, äh, Untertitel, deswegen habe ich den Titel vergessen, aber ist im Deutschen genauso. Hm. Äh, sagen wir mal so, er hat ja viele Frauen, er hat ja viele Lieblinge und, ähm, diese ganzen Leute, die sind ja erstmal so ein bisschen skeptisch ihr gegenüber, die anderen nicht, weil die eine verliert tatsächlich ihr Kind und, ähm, es liegt auch daran, weil sie die ganzen Zettel, die Mau Mau schreibt, einfach ignoriert hat. Hm. Ja. Und, äh, die eine, die, äh, liest dann diese ganzen Zettel und ihr Kind lebt und dann gibt's dann diese Intrigen, dass sie sich dann gegenseitig hassen, sie ist schuld, sie ist schuld, die eine ist krank, wieso ist sie krank, was ist ihr Problem, äh, XY-Person stirbt, wie ist das passiert und das versucht sie dann alles herauszufinden durch ihre Künste als Apothekerin und sie, sie selbst ist halt so ein bisschen immer so, wie gesagt, hm, ja, hm, keine Lust, ja, und dieser Oinuch, ne, von dem ich dir erzählt hab, Jinjin, der ist so ein ganz beliebter Oinuch, so jedes Mädchen, das auf dem Hof arbeitet, das liebt ihn und verehrt ihn und, und sie ist so komplett null interessiert an ihn und das sorgt natürlich dafür, dass er sehr interessiert an Mau Mau ist und versucht sich dann so immer so anzubahnen, versucht dann immer so, der nette Typ zu sein, versucht dann immer seinen Charme zu, mit seinem Charme zu spielen und so weiter, aber wirkt bei ihr nicht so ganz, bei ihr ist immer so, hä, was willst du denn schon wieder, hä, erinnert schon wieder sein Charme, hm, dieser Oinuch schon wieder und, ähm, es ist sehr witzig, weil es ist ja eine komische Romance, die dadurch entsteht, die dann nicht ausgesprochen und ausgeführt wird, weil es ist halt eher so, es ist eher so ein Unbundle, ich hab da bisher 10 Folgen gesehen und ich muss sagen, ich hab jede Folge genossen, es ist ein wunderschön gezeichneter Anime mit einer sehr interessanten Protagonistin und einem etwas frischeren Setting, also C-Drama, wer jetzt schon die ganze Zeit C-Dramas geguckt hat, äh, in der Zeit der Drei Reiche, der wird dann sagen, ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues für mich, aber in Anime-Form hatte ich das jetzt noch nicht gehabt und, ähm, ich fühl mich echt gut unterhalten, weil, ähm, es ist halt auch mal was Neues ist mit dem Setting und auch die Protagonistin ist halt, ja, ein bisschen anders, sie hat sehr viel Köpfchen und sehr viel Charme und ist auch eine sehr, sehr liebe Person, also ist super sympathisch, deswegen genieße ich diesen Anime-Moment sehr, sehr doll. Das hab ich tatsächlich, wir hatten ja auch schon mal neulich darüber gesprochen, dass, äh, ja, das irgendwie wie so ein kleiner, ja, vielleicht nicht Geheimtipp ist, aber dass das eigentlich voll so ein, so ein richtig, richtig guter, guter Anime ist, den ich auch so nicht auf, der auf dem Schirm hatte und der halt vom Titel auch wieder so, ja, nicht, nicht so aufsehenserregend ist, sag ich jetzt mal, so wie hier das mit der Hochzeit da. Meine ganz besondere Hochzeit. Genau, genau. Ähm, aber es klingt tatsächlich sehr, sehr spannend und jetzt muss ich aber nochmal kurz fragen, du hast gesagt, es bandelt sich so eine gewisse Romanz- oder Liebesgeschichte an zwischen ihr und dem Eunuchen, oder? Das ist es ja, der Eunuch, der Eunuch ist. Ja. Also, okay. Wie soll sowas, ja, also, es ist, es ist romantisch einfach nur. Es ist tatsächlich romantisch, du guckst dir das Intro an und du denkst dir, okay, der bandelt sich ja irgendwas an. Also, der hat ja Interesse. Und sie ist halt so ein bisschen, boah, ey, lass ihn machen. Und so, äh, ich hab grad meine eigenen Sachen zu tun, ich muss hier grad den Mordfall klären, Anführungszeichen, oder, äh, ich hab grad andere Probleme. Sie ist ja auch Vorkosterin geworden, das ist ja auch noch die Sache. Das hab ich auch noch vergessen zu erwähnen. Sie arbeitet sehr hoch und wurde dann, ähm, nicht Kortisan, wie heißt denn das nochmal? Also, ähm, sie wurde dann halt Vorkosterin von der einen Frau des Kaisers und, äh, zum Beispiel muss sie dann herausfinden, ey, okay, da ist Gift drin. Jemand hat mich versucht zu vergiften oder versucht, die Frau des Kaisers zu vergiften und dann versucht sie, den Fall zu klären. Solche Sachen sind da zum Beispiel mit drin. Oder, ähm, warum sterben die ganzen Leute da in diesem Dorf grad? Was ist da passiert? Wie, wie kann das passieren? Und, äh, so viele Sachen sind da drin und das wird dann alles auch so ein bisschen medizinisch erklärt auf dem, äh, Stand der Dinge, die damals gewusst wurden und das finde ich halt dann auch sehr interessant. Hm, das ist ja, ist ja quasi auch, auch so ein, würdest du sagen, das geht so in diese Richtung von traditioneller chinesischer Medizin? Weil das ist ja auch gerade was, was so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ähm, hier bei uns so ein bisschen, äh, ein Hype erlebt, mehr oder weniger, dass es irgendwie diese traditionelle chinesische Medizin irgendwie, äh, angeboten wird oder irgendwie auch teilweise in unser, Einzug in unser Gesundheitssystem findet, sag ich jetzt mal. Sagen wir nur, aber nur das, was funktioniert. Okay. Von der chinesischen Medizin, also da wird jetzt kein Bullshit erklärt oder so, sondern das ist schon sehr sachlich und halt, ähm, das, also sie ist halt eine sehr sachliche Person, die dann halt auch sehr rational an Sachen rangeht und jetzt nicht sagt, oh, ähm, äh, das ist wahrscheinlich, du wurdest wahrscheinlich verflucht und wenn da jemand sagt, da kommt so, oh, ich wurde verflucht, dann meint sie ja so, okay, ähm, die Sachen, die du da ins Feuer geworfen hast, äh, welche Farbe waren die, äh, weil er irgendwie gesagt hat, ja, das Feuer war so ganz bunt und hatte andere Farben und man so, ja, es war irgendwie so grünlich und dann wirft sie dann verschiedene Pulverarten in eine Flamme, um ihn zu zeigen, es sah so aus, es sah so aus oder es sah so aus und versucht ihnen dann zu erklären, ja, okay, das ist halt einfach nur eine chemische Reaktion, du wurdest überhaupt nicht verflucht, das ist das und das und, ja, sie versucht dann halt nicht diesen, an diesen Bullshit zu glauben, wo, oh, da ist ein Geist und sie sagt, Geister gibt's doch gar nicht und versucht es dann zu erklären, was das eigentlich sein soll und so. Okay, also, also schon sehr, sehr quasi so packenorientiert, mehr oder weniger, also nicht so, hier ist diese Schlange, damit du deine Potenz heilen kannst oder so. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, also, ähm, solche Mittel macht sie natürlich auch, weil sie ja vorher in einem Bordell gearbeitet hat, nicht als Prostituierte, sondern als Medizinerin, Apothekerin, hat sie natürlich auch einige Sachen dann, äh, entwickelt oder gemacht, damit dann halt die Lust sich steigert. Ah, okay. Und wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, Geschlechtskrankheiten war halt, also, im Mittelalter sind halt auch. Ja, also deswegen war sie auch eine ganz beliebte Person damals im Bordell, also hat sie auch gezeigt, weil halt sehr viele verschiedene Krankheiten und Sachen dann kamen, weshalb sie sich dann auch sehr gut mit der Anatomie des Menschen auskennt. Okay. Klingt, klingt auf jeden Fall spannend, das klingt auch so ein bisschen so, als könnte man so ein bisschen was davon vielleicht sogar lernen. Nicht mehr? Weiß ich gerade nicht. Okay, aber es ist spannend. Es ist spannend, es ist, also, es ist, wie soll ich sagen, es macht Spaß. Und es ist als, und jeder, fast jede Folge ist am Ende immer so, oh, da werden ein paar Bilder gezeigt, was passiert in der nächsten Folge? Und dann denkt man so, okay, ich will die nächste Folge sehen, was passiert denn jetzt endlich? Ja. Okay. Klingt, klingt gut. Ich glaube, da werde ich, werde ich auch nochmal, äh, reinschauen. Das wird dir definitiv gefallen. Das, äh, macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Also, letztes Mal war es halt so Shangri-La Frontier, das war echt schon so, ey, das für Gamer und jetzt kommt das und das ist für mich so gerade der Geheimtipp, beziehungsweise, hätte ich das hier vorgesehen, würde ich sagen, ey, Tagebücher der Apothekerin ist, glaube ich, so einer der Lieblingsanime 2023 für mich gewesen. Oh, komm. Also, in Shangri-La Frontier wollte ich auf jeden Fall auch noch reingucken, weil ich jetzt, ich hab das schon, also, du hast es ja schon betont, ich höre es immer wieder, das Leute sagen, ey, ich hab überhaupt nichts erwartet, aber es ist, ey, es ist unglaublich gut. Von daher, da werde ich auch auf jeden Fall noch reinschauen. Und eine Sache, in die du unbedingt noch reinschauen willst, wo ich jetzt gerade noch mal den Case für machen will. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ne, alles zu seiner Zeit, aber für die vielleicht auch, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal über Frieren gesprochen. Ich weiß, Frieren geht gerade komplett durch Social Media, ist komplett populär und auch in Japan hat es, hat Frieren ultra, also der Anime ultra krasse Wellen geschlagen, dass es teilweise jetzt in der Popkultur sehr stark angekommen ist, dass es teilweise Kinder gibt, die sagen, oder Eltern, wenn die Kinder halt nicht ihre Hausaufgaben machen wollen, dass sie sich fragen, ja, aber was würde, was würde der Hild Himmel jetzt tun? Ja, Himmel würde jetzt, würde jetzt lernen, die Hausaufgaben machen, dann machen sie es. Und da quasi so ein bisschen Vorbild nehmen aus, aus den Figuren von Frieren teilweise. Also Frieren ist, what would Jesus do jetzt? What would Himmel do? What would Himmel do, genau. Das ist, das ist Frieren. Und die Sache ist, als ich das erste Mal so drüber gesprochen hatte, das war ja noch so die erste Hälfte der Staffel und jetzt ist halt die zweite Hälfte der Staffel und die hat sich so ein bisschen, die Mood hat sich so ein bisschen verändert. Ich hatte es am Anfang ja so ein bisschen erklärt, als es ist so sehr cozy, es ist so, man guckt einfach so, man fühlt sich irgendwie wohl, die sind irgendwie so auf einer Reise, es ist so eine schöne Fantasy-Welt und alles ist irgendwie, die sind irgendwie witzig und es ist, man hat diese Frieren, also diese quirky, mit ihrer quirky Art, seltsame Zaubersprüche zu sammeln und geht so ein bisschen witzig auch mit ihren Reisegefährten um und es war irgendwie einfach süß und schön anzuschauen, aber es wird tatsächlich noch besser. So, es ist, es kommt tatsächlich noch eine Ebene hinzu, nämlich in der, also in der zweiten Hälfte, jetzt geht es ganz viel um das Thema Magie auch, also wie funktioniert Magie, was für eine Art Persönlichkeit sind Magier eigentlich und gibt es da vielleicht auch einen Generationenunterschied, zwischen Magiern, die irgendwie im Krieg aufgewachsen sind und Magiern, die eben aus einer Friedenszeit geboren sind und Frieren ist halt ganz klar eine Magierin, sie hätten natürlich das Friedenszeitalter irgendwie eingeleitet mit ihren Taten, mit der Heldengruppe, aber wo halt irgendwie ganz deutlich wird, nee, hier geht es nicht darum, ich will jetzt irgendwie mehr Macht machen, mehr Macht haben und ich will diesen super einen speziellen Zauberer und krass so, sondern ich habe einfach Spaß an der Magie und das ist halt irgendwie eine andere Einstellung zu, also das, also das hat halt auch jemand gesagt, das ist halt so eine Einstellung, die aus jemandem geboren wird, der aus Friedenszeiten gewachsen ist und ich finde es halt irgendwie auch so teilweise so ein bisschen spannend, wenn man das so ein bisschen auf unsere Generation überträgt oder, ne, wenn man das auf die reale Welt so ein bisschen überträgt, weil unsere Prioritäten sind in unserer Generation oder den jüngeren Generationen eine andere, weil wir in Friedenszeiten aufgewachsen sind und das ist vielleicht auch gut so, auch wenn die älteren Generationen das ein bisschen anders sehen, aber anyway, worum geht es eigentlich da genau in Frieden? Wie gesagt, diese ganze Magie, das ist halt irgendwie, ist halt deswegen auch so ein bisschen spannend, weil wir noch mehr quasi in diese fantastische oder diese Fantasy-Welt reingezogen werden und das Coole ist, es ist in so einer Art Turnier-Arc auch verpackt, wo sie halt gewisse Prüfungen auch wieder absolvieren muss oder ja, wo es teilweise auch dann zu kämpfen kommt und ja, und man lernt halt so ein bisschen so kennen, okay, wie funktioniert Magie oder wie würde Magie funktionieren, wenn es die wirklich gäbe, mehr oder weniger, so ein bisschen so ein Gedankenspiel und dieses Explorieren davon und das ist halt total spannend zu sehen und man merkt dann nicht so, okay, ein Zerschneiden-Zauber klingt jetzt irgendwie nicht so super spektakulär, aber was das in einem Kampf teilweise, dass es sehr gefährlich sein kann, ist halt schon krass oder wie zum Beispiel Wassermagie, also sie haben halt auch teilweise unterschiedliche Affinitäten und man hat halt irgendwie Wassermagie und dann zieht sie quasi so die Karte so, ja, aber der menschliche Körper besteht ja zu 80 Prozent aus Wasser, ich kann ja jetzt hier verdampfen lassen verdampfen lassen wie Blutmagie in Avatar, ja, Blutbänken in Avatar und dann sagt er, ja, aber ganz ehrlich, wenn du Magie verwenden willst, dann musst du ja irgendwie, du musst dir vorstellen können, was passiert, damit du es quasi materialisieren kannst, du kannst nicht einfach sagen, so jetzt schnipp und dann passiert, du musst dir den Prozess vorstellen können, kannst du dir vorstellen, wo die 80 Prozent Wasser in meinem Körper gerade verteilt sind? Nee, kannst du nicht. Das sind diese Mindgames halt. Ja, und das macht es halt irgendwie total spannend und macht es halt irgendwie total interessant zu sehen, okay, wie benutzen die Magie, was sind da quasi für Regeln am Werk mehr oder weniger und ja, was für eine krasse Bestie ist eigentlich Frieren. Weil sie halt sie ist ultra krass. Sie ist ultra krass. Das ist schon cool. Aber sie macht es halt wirklich an der Statement. Also wir haben, ich würde so sagen, wir haben so vielleicht so 10, 15 Prozent ihres Potenzials bisher gesehen. Das war noch nicht ihre finale Form. Ja. Das ist halt so, einer hat gesagt, ja, die verwendet die ganze Zeit nur Basic-Zauber gegen mich. Das ist, als würde sie gegen einen Lehrling kämpfen. Die macht keine super krassen, aufwändigen Zauber und sie macht nur Basic-Zauber gegen mich. Und sie macht mich dafür einfach stumpf weg, weil sie einfach mehr Energie hat. Das ist so wie jemand, weißt du, wenn er 1000 Mana hat und du hast halt nur 10, dann spammt halt einfach dauernd sein Basic-Zauber und irgendwann ist halt Ende. Klar, ja. Aber es macht halt, es ist halt, es macht halt einfach Spaß. Die Stimmung ist irgendwie einfach total schön. Es ist schön gezeichnet, die Charaktere sind toll. Für mich ist Frieren einfach echt so ein, das muss man gesehen haben mittlerweile. Also ich dachte erst, es wäre nur so ein schöner Cozy-Anime, aber es also durch diese Magie-Ebene noch und durch dieses Ganze, was halt noch so ein bisschen tiefer geht, es ist ein Must-Watch-Anime, definitiv. Ich dachte auch tatsächlich, es wäre so ein Cozy-Anime, weil so der Anfang, so alle davon erzählen, ja richtig Cozy ist halt so das Ende eines Abenteuers und jetzt geht's weiter über einen Charakter, der dann halt einfach viel langsamer altert als alle anderen und alle anderen Kameraden schon mittlerweile verstorben sind. Ich sehe auch halt, die Memes ist, es lebt halt echt durch sehr, sehr viele Memes und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass ein Anime gut ist, weil wenn da immer sehr viele positive Memes kommen, dann weißt du halt einfach, okay, dieser Anime ist noch relevant, da kommt hier und da noch was und das ist, das ist komisch, aber für mich ist es immer so ein guter Indikator, zum Beispiel Jojo's Bizarre Adventure, bevor dann die Netflix-Version erschien, da gab's ja jede Woche immer neue Memes, neue Sachen, die dann gezeigt wurden und bei Star Ocean war's halt so, kam halt nichts. Ja. Weil, ja, war halt okay. Ja, ich weiß nicht, ich glaub, das liegt auch an der, an der Ausgabe des Anime, die haben ja alles rausgepresst. Mhm. Die haben alles rausgehauen an einem Tag, anstatt es jede Woche dann erscheinen zu lassen, wodurch die Leute auch Zeit haben, sich auf jede Folge zu freuen. Aber ist, glaub ich, auch so eine Glaubensfrage, was willst du lieber haben? Anime oder Serien wöchentlich schauen oder Anime richtig alle am Stück. Ich werde die Möglichkeit haben, gerne auch am Stück, aber da muss man auch die Zeit dafür haben, aber, ja, Glaubensfrage. Ja. Ja. Das kommt halt, ne, das kommt ja alles mit Vor- und Nach- dann hast du halt ein bisschen weniger Hype über längere Zeit, sondern es ist halt wirklich, okay, dann bingst du's halt und dann hast du halt diesen kurzen Peak mit viel Interaktion und wenn du halt, glaub ich, das über so einen längeren Zeitraum schaust, dann hast du halt, und der über diesen längeren Zeitraum halt auch gut ist, immer wieder gut ist, dann hast du halt längerfristig was davon hast, immer wieder Memes wie zum Beispiel bei Frieren, wo sie halt auf dem Schoß liegt von fern und sieht halt nur die Hälfte des Himmels wegen ihrer Uhr weite. Ja, jetzt kommt noch die Frage, ist da, würdest du sagen, Frieren hat Fanservice oder müssen grad die Fans sich selbst darum kümmern, weil, ähm, es wird immer wieder gesagt, ja, das ist so ein fantastischer Anime, der hat ja gar kein Fanservice und dann guckst du dann unter der Antwort so, es hat keinen Fanservice, so bam, 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 so ganz viele Bilder, wo einfach Frieren, ja, in gewissen Posen da ist, Himmel dann immer wegen ihrer großen Oberweite dargestellt wird, äh, Frieren, oh Gott, jetzt kommt's, ähm, ihre Füße ganz, ähm, elegant regelt. Ja, also ich, ich finde es eigentlich nicht so sonderlich wahrnehmbar, es gibt halt immer mal so ein, zwei Gag-Elemente, aber es ist jetzt nicht mit, also es ist halt wirklich sehr subtil, so finde ich, also es ist halt nicht so, dann wackeln so die Brüste und sonst was und es fliegen irgendwie so ins Gesicht, sondern es ist wirklich, also in der Szene, die du, die du vielleicht auch irgendwie gesehen hast, in diesem Meme so, ist halt, sie ist halt langweilig und sie sucht halt schon teilweise den Körperkontakt so zu fern und legt sich so auf ihren Schoß, guckt so in den Himmel, sieht so, ja, ich seh nur die Hälfte und steht halt wieder auf und ich dachte, klasse, so seh ich halt nix. Und es ist halt, es ist halt nicht sexualisiert, so, es ist halt einfach nur, also weißt du, es ist jetzt, also sie ist auch nicht irgendwie, fern ist auch irgendwie nicht peinlich berührt oder sonst was so, sie versteht gar nicht mal so richtig, warum sie sich jetzt aufsetzt, so, aber, ähm, das, also es ist halt immer auch so eine Sache der Inszenierung, finde ich, ich weiß, es ist halt, wenn es halt nicht sexualisiert ist, also klar, man sieht irgendwie teilweise, ähm, halt die Kurven oder so, was weiß ich, der Person, aber es ist jetzt nicht so unmögliche Shots oder Winkel oder sonst was, sondern es ist halt, ja, sie haben halt einen Körper, so, aber es ist halt nicht, nicht, dass sie, komische Kamerashots sind, irgendwie unterhalb. Ja, oder unnatürliche Sexualisierung oder sonst was, Ach, schön. So ist es jetzt nicht, sondern es ist einfach so, es ist halt ein bisschen, es ist subtil und ein bisschen witzig, so, es macht so so ein bisschen, direkt zum, ja, direkt zum Grinsen an. Ja, das ist doch mal schön, dass es auch so ein Anime gibt. Ja, das ist auf jeden Fall, also von daher, heute guckt das. Weiterhin gut. Weiterhin gut. Weiterhin gut, okay. Der finale Anime für heute ist, was sehe ich denn da gerade, The Witch and the Beast. Ja, was siehst du? Das ist, das ist, ähm, ja, wie fange ich damit an? Also, ich hatte glaube ich, das in der letzten Folge auch erwähnt, dass ich auf den Anime aufmerksam wurde oder dass ich den quasi gucken will, auch dieses Hiesen, weil der so krass in TikTok wieder beworben wurde, so, so, der wird so ultra krass, alle, und super krass Animationen und so, ähm, Deine Empfehlungen sind alle auf TikTok. Also, wenn ihr Jolina Anime empfehlen wollt, sie nicht direkt anschreiben, sondern ein TikTok erstellen und hoffen, dass sie dann über euer TikTok stolpert mit euren Anime-Empfehlungen. Genau, klingt ein bisschen aufwendig, aber ja, das würde funktionieren. Ähm, ja, und dann bin ich halt, so bin ich auch auf The Witch and the Beast aufmerksam geworden. Es, spielen im Prinzip in so einer alternativen Welt, wo, also, es wirkt halt eigentlich so ein bisschen frühindustriell, weil die Gebäude, die Städte, die wirken halt sehr so wie die Altstadt hier in Hamburg, sind die so aufgebaut. Also, sie sind mit so gepflastertem Boden und die Häuser sehen halt nicht so super modern aus, sondern so gemauert halt. Es sieht schick aus quasi, aber es spielt trotzdem irgendwie in unserer heutigen Zeit. Das heißt, es gibt irgendwie Autos und Handys und so weiter. Oh. Und es trägt halt so ein bisschen was zu dem Feeling der Serie so ein bisschen bei. Ich glaube, es würde, die Serie würde so ein bisschen anders wirken, wenn alles komplett modern wäre. Aber dadurch wirkt es halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schon, es wirkt wie in einer anderen Zeit, aber ist es irgendwie eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Vielleicht ergibt es nur Sinn, wenn man das geguckt hat. Okay. Naja. Und die Sache ist so ein bisschen, die wir erfahren, also der Anime geht so, vor allem was Charaktere und deren Exposition angeht, so ein bisschen anders heran. Fast schon ein bisschen wie Clash of the Elite das auch macht. Das heißt, wir sehen die Charaktere mehr in Aktion. Wir erfahren nicht sonderlich viel über sie und ihre Geschichte direkt. So, das ist jetzt nicht so, ich bin da, da, da und ich bin hier und hier aufgewachsen und gehe jetzt auf die Heldenschule, sondern wir sehen die halt irgendwie in Aktion und wissen eigentlich erst mal gar nicht so richtig, was, was die machen oder warum oder wer die sind. und ja, wir sehen quasi dabei zwei Personen, mal Aschaf und Guido und Aschaf ist halt so ein bisschen so ein Typ, der halt irgendwie so eine dunkle Jacke trägt und er trägt auch irgendwie so einen Sarg auf dem Rücken. Okay, so Django. Ja, so ein bisschen so und ist halt so ein bisschen, wie soll man sagen, er wirkt so ein bisschen wie so ein heruntergekommener Typ, aber der ist so ein bisschen verschmitzt, also so ein bisschen verspielt, so ein kleiner Trickster-mäßig so ein bisschen, aber auf so eine coole Art und Weise. Und Guido ist halt, das ist halt so ein bisschen witzig, weil Guido ist ja eigentlich eher so ein Name, wo man sagen würde, okay, das ist irgendwie eher männlich gelesen, so, aber ist die Bezeichnung für quasi den, für Aschafs quasi Counterpart, was eine, was quasi so eine von außen betrachtete Frau ist, die halt sehr, sehr feminin gekleidet ist, mit blonden Haaren und Piercings und sehr, also sehr modisch gekleidet ist, darauf komme ich später noch zu sprechen. Aber eben absolut vorlaut, streitsuchend und Leute am liebsten einfach direkt ins Gesicht springt, also sehr, sehr in die Fresse ist. Okay. Und die Sache dahinter ist nämlich Guido, also diese blonde Frau mehr oder weniger, das ist nämlich eigentlich gar keine Frau, sondern es ist quasi so ein, eigentlich ist es so ein zwei Meter großer Hühne, der auch nicht wirklich menschlich wirkt, wenn man seine wirkliche Gestalt so sieht, ich weiß nicht genau, ob der menschlich ist oder nicht, aber er wurde verhext von einer Hexe und hat jetzt deswegen diesen Körper und er versucht natürlich herauszufinden, okay, welche verdammte Hexe war das und wie kann ich diesen Fluch wieder aufheben? Mhm. Und Aschaf ist, also dieser Tricksam-Typ, der ist so ein bisschen so, der bewahrt so ein bisschen den kühlen Kopf, versucht ihn so ein bisschen im Zaum zu halten, lenkt ihn so ein bisschen und ja, wir sehen im Prinzip so teilweise so verschiedene Fälle, die die bearbeiten, die gehen teilweise auch über ein, zwei, drei Folgen, weil die arbeiten quasi für so ein Magieministerium, also so diesen Orden der magischen Resonanz und die überwachen mehr oder weniger so die faire Verwendung von Magie in der Welt. Das heißt, die gucken so, okay, läuft irgendwie alles nach Regeln oder gibt es irgendwo kriminelle Magier? Okay. Das Ministerium für Magie für Harry Potter. Genau, 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 so, ja, so in der Art. Genau, und wir, was quasi passiert ist, wir begleiten die beiden so ein bisschen auf der Suche nach den problematischen magischen Fällen und wir lernen dabei so ein bisschen immer mehr über die Charaktere, was, oder über wie Magie funktioniert, welche Regeln es da quasi gibt, genau, und wie man ja damit umgehen kann. So, also mein Fazit dazu ist so ein bisschen, oder, wenn du jetzt das so ein bisschen gehört hast, klingt das für dich stimmig oder hast du das Gefühl, also, was ist dein Gefühl so von dem, was ich so gesagt habe. Ich bin gerade komplett verwirrt von dem Setting, weil ich erst mal dachte so, okay, das ist so was Frühindustrielles und dann kommt natürlich noch die Magie-Komponente dazu, ich dachte halt so, The Witch ist halt metaphorisch gemeint, das ist eine böse Hexe, aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich eine Hexe ist. Ja. Und, ähm, ich kann davon mir gerade kein Bild von machen, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht wirklich weiß, in welche Richtung sich das gerade alles entwickelt. Okay, ja gut, die sind jetzt halt diese Lakaien von diesen Ministerium und jagen diese Leute, ist das dann, ist das so ein bisschen so Man in Black mäßig, dass sie dann halt, äh, undercover unterwegs sind, niemand darf es wissen oder ist es wohl bekannt, dass in dieser Weltmagie existiert? Achso, denn das ist, genau, das ist eine gute Frage. Nee, das ist allgemein bekannt, ähm, mehr oder weniger und es gibt auch, also, da gibt es auch sehr unterschiedliche Haltungen mehr oder weniger zu, manche, ähm, verfluchen quasi die Hexen und sagen, okay, wir sollten ja alle auslöschen. Okay. Und dann gibt es, ähm, quasi welche oder eine Hexe, die wurde da teilweise auch als Star gefeiert, mehr oder weniger, weil sie scheinbar den Leuten irgendwie geholfen hat, auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Ähm, aber das ist alles öffentlich und haben... Sie kennen das alle. Ja. Aber trotzdem sind die Leute, es ist halt so die magische Polizei, die einfach da ist. Genau. Ähm, und das halt alles in so einem eher so einem, es ist nicht komplett düsteres Setting, aber so ein bisschen ernsteres Setting, sag ich jetzt mal. Okay, dann lebt die Geschichte dann durch die Beziehung der beiden Charaktere oder eher durch das, was sie erleben? Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß es nicht, also ich kann es schwer sagen, weil... Haben sie eine coole Dynamik? Geht so. Oh, das auch noch? Also, das ist so ein bisschen, weißt du, das Setting an sich ist schon ganz cool. es hat, ne, dieses leicht düstere, das Worldbuilding ist für mich sehr gelungen, man kriegt irgendwie so ein Gefühl, okay, wie funktioniert die Welt? Eigentlich auch, wenn ich das jetzt gerade nicht so rüberbringen konnte. Aber, ähm, es wirkt irgendwie wie so eine glaubhafte, irgendwie alternative Welt, so, in der es eben magisch, magi und magische Wesen gibt, so. Aber, das Problem ist, ähm, Guido ist halt als Charakter irgendwie, irgendwie funktioniert er nicht so richtig gut, weil er ist halt sehr, sehr einseitig. Also, Aschaf, also dieser, dieser Trix ist schon ein bisschen interessanter und es hätte, glaube ich, vollkommen, vollkommen gut gepasst oder gereicht, wenn man irgendwie noch einen Counterpart dazu gefunden hätte, der so ein bisschen mit ihm da auf einer Ebene ist und spielt. Aber Guido ist halt wirklich sehr stumpf. Okay. So, der ist wirklich super, super stumpf. Ähm, und, ja, hat halt eigentlich, eigentlich nichts groß viel zu bieten, außer seine Kampfskills und, ähm, ja, dass er irgendwie vorlaut ist, genervt ist und, ja, das, das war's. Und das ist halt, daraus kann sich halt keine spannende Charakterdynamik, finde ich, so richtig entwickeln. So, weil es ist halt so, ja. Es ist so eine ganz typische Charakterdynamik. Also, da haben wir den großen Stillen und die kleinere Person ist natürlich die laute Person. Genau. Es ist so ein bisschen wie ein Hund und sein Halter. Ja. Genau. Oh Gott. Okay. Das ist halt, das ist halt, sorry, aber das ist halt keine interessante Dynamik. Das ist eine Dynamik, die schon sehr oft benutzt wurde. Es gibt Fälle, da funktioniert's und ist lustig und klappt. Und es gibt einige Fälle, die funktionieren weder, leider nicht so gut. Ja. Die Hexe und das Biest. Fazit. Von den Folgen, die du bisher gesehen hast. Wie viele Folgen gibt's denn? Ja. Noch nicht so viele. Also ich, nee, ich hab fünf gibt's mittlerweile. Ich hab vier, vier oder fünf auch gesehen. Ich guckte es schon weiter. Also es ist schon irgendwie unterhaltsam so. Aber es gibt halt so viele Punkte, wo ich mir einfach ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet hätte. Also zum Beispiel auch in den TikTok wurde es ja so gecuttet und so inszeniert, als wären das so ultra krasse, düstere Kämpfe und so weiter. In dem ersten Kampf, der in den ersten zwei Folgen vorkommt, da sieht man, also man sieht Guido ausholen zum Schlag und dann wird aber quasi, oder immer wenn was passiert, dann wird quasi zum Endergebnis gecuttet. Weißt du, oder jemand wird quasi von einem Dings aufgespießt und dann siehst du nicht diesen Prozess, sondern du siehst quasi nur, wie der Stachel kommt und dann siehst du quasi das Endbild, okay, sie wurde aufgespießt. So und es passiert nicht, also weißt du, die Kampfanimationen werden nicht voll ausgeführt. So oder Schläge werden quasi abgeschnitten und dann siehst du quasi nur, okay, die andere Person wurde geschlagen. Gibt es ja als Stilmittel, kann man das ja nutzen, aber anscheinend wirkt es sehr störend, wenn du es schon so erwähnst. Ja, es ist, also das Problem ist halt, ich muss nicht unbedingt sehen, wie jemand langsam aufgespießt wird, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt schon, aber wenn du halt, also Guido hat halt nichts wirklich zu bieten, außer Kampf. So und wenn du das nicht darstellst, dann brauchst du diese Figur nicht. So weißt du, das ist halt so. Das ist ein gutes Argument. Wenn, du siehst halt nicht seine richtigen Moves, sondern du siehst halt nur, okay, er holt aus und dann ist der Kampf vorbei. So und es ist halt so, ja okay, was ist denn jetzt passiert? Und das macht es halt so ein bisschen schade, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht kommt in den späteren Folgen, entwickelt er sich dann noch weiter oder so oder man kriegt irgendwie mehr Einblick, aber so in den ersten vier, fünf Folgen, die ich gesehen habe, war es ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ich gucke es wieder trotzdem weiter. Weil mir die Stimmung so ein bisschen ganz gut gefällt und ich vielleicht die Hoffnung habe, dass da noch so ein bisschen was kommt, aber es ist nicht, es ist mal wieder, es ist mal wieder, TikTok, Anime-Empfehlungen sind ein bisschen enttäuschend. Die sind einfach mit. So was ist so? Es ist interessant tatsächlich. Also vielleicht bist du auch nicht die Zielgruppe. Vielleicht sind wir auch, vielleicht sind wir zu alt vielleicht für sowas, weil vielleicht ist es dann so ein Setting für Leute, die dann so gerade mit Anime angefangen haben, so sagen wir mal so 16, 17 und haben erst vor wenigen Jahren angefangen, Anime zu schauen und kennen halt die ganzen Klischees und Tropes noch nicht, weshalb es dann für die noch interessant wird, was ja auch okay ist. und für uns, die dann jetzt schon seit über 20 Jahren und länger die ganzen, 25 Jahre vielleicht sogar schon. Alter, scheiße. Ja, über 25 Jahre Anime schauen und alles irgendwie schon mal auf eine gewisse Art und Weise gesehen haben, da schon ein bisschen abgestumpft sind, kann es sein, dass es dadurch dann uninteressant wird. Ja. Wir müssen halt aus einem anderen Blickwinkel sowas dann auch mal beobachten. Das stimmt natürlich. Also ja, vielleicht muss ich auch einfach, ich weiß nicht, du machst ja auch auf TikTok irgendwie, vielleicht muss ich einfach mehr deine TikTok-Anime recommend, aber die kenne ich ja. Aber es sind ja keine Anime-Recommendations, die ich auf TikTok mache, sondern es sind ja die Geburtstage oder es sind ja News, wo ich dann sage, hey, komm, neuer Anime jetzt erschienen oder hey, jetzt kommt was oder hey, Spy Family Code White ist der erfolgreichste Anime des Jahres, weil das Jahr gerade angefangen hat und na klar, es ist der erfolgreichste Anime. Ja, stimmt. Aber eine Sache, eine Sache, die ich lassen muss und das finde ich auch so ein bisschen interessant, also Guido ist ja eigentlich quasi so ein Hühne-Monster-Typ in Frau an der Körper, dafür zieht er sich in diese Frau, also der hat sich da richtig gut eingeregt, die Outfit, also ich habe literally, habe ich, als ich diesen Anime geguckt habe, boah, da habe ich mir jetzt gedacht, okay, davor mache ich mir jetzt ein Foto von dem Outfit. Slay. Slay, Alter, Slay. Richtig, richtig classy, aber auch feminin und wo ich so dachte so, nice, das ist, das würde ich auch so anziehen. Er weiß, was er mag? Er weiß, genau, er weiß, was er mag. Das ist bei Ranma genauso gewesen, weil Ranma dachte ich auch, jedes Mal, wenn Ranma sich als Mädchen, wenn Ranma ein Mädchen wurde, denke ich auch immer so, ey, Kostüme sind alle on point, also nicht Kostüme, also die Kleidung ist on point. Ja, das kann er auf jeden Fall. Das ist, also allein dafür, muss ich schon weitergucken, vielleicht kriege ich noch ein paar, ein paar Outfit-Ideen dadurch, auf jeden Fall. Ja, jeder, aber das, von daher, also ich werde es, ich werde es weitergucken, vielleicht werde ich nochmal, wenn sich das verändert hat, weil ich vielleicht irgendwann nochmal ein Fazit, für die alle, die noch gerade so ein bisschen am Zweifeln sind, ob sie, ob sie das gucken wollen oder nicht, werde ich nochmal sagen, ob sich das, das lohnt. Ich muss, man muss dazu aber auch sagen, ich bin immer, ich bin sehr anspruchsvoll, oder sehr, sehr kritisch, glaube ich, was, was viele Sachen angeht. Ich sehe halt oft auch, okay, was hätte irgendwie noch besser sein können, wo habe ich irgendwie mehr erwartet? Vielleicht habe ich auch teilweise hohe Erwartungen. Das denke ich mir auch meistens. Keine Frage, man kann mit dem Anime Spaß haben, so ist es nicht, der ist auch irgendwie unterhaltsam. Aber ich habe das Gefühl, man hätte auch noch mehr draus machen können. Mhm, ja. Schade, aber vielleicht entwickelt es sich ja. Wir werden sehen. Vielleicht wird es ja wie Meshul sein, weil das hat sich ja auch entwickelt und jetzt ist es positiv tatsächlich. Ja. Jetzt haben wir ja quasi, sind wir ja quasi inhaltlich durch für heute, aber ich habe noch eine Frage, wie sagen wir jetzt quasi so ein bisschen, so ein bisschen Pause. Hast du irgendwie über die Pause so irgendwie schon was vor, Anime-technisch? Anime-technisch, also ich werde das weiterschauen, was ich jetzt schon schaue, also die Tagebücher der Apothekerin, Delicious in Dungeon und, äh, Solo-Leveling. Mhm. Und Shangri-La Frontier. Ja. Das ist eigentlich ziemlich viel, was da läuft, aber ich habe jetzt gerade gar nicht geblickt, was demnächst alles erscheinen wird. Deswegen, ich lasse mich da so noch ein bisschen überraschen. Ich denke immer so, oh, das ist was Neues, da schaue ich mal rein. Da habe ich bisher noch keinen Plan, also die alten Sachen werde ich bisher erstmal weiterschauen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe tatsächlich noch, auf jeden Fall noch zwei Anime, also ich will natürlich, auch Shangri-La Frontier, würde ich auf jeden Fall gucken, das Apothekerin-Ding, würde ich auch nochmal reinschauen. Aber Sachen, die wir jetzt hier noch nicht besprochen haben, sind auch zwei, und zwar einmal Ishura, auch eine TikTok-Empfehlung ist. Ishura. Muss ich mal schauen. Und das andere ist Metallic Rouge, was so ein bisschen so in so eine Sci-Fi-Richtung geht, aber auch ganz interessant klang. Und da bin ich sehr gespannt drauf, das will ich auch auf jeden Fall schauen. Es läuft, glaube ich, auch auf Crunchyroll. Ja, ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall zwei. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Metallic Rouge. Genau, das ist so der Plan. Ansonsten habe ich, ich lese ja eigentlich nicht so viel Manga. Ich lese den Berserk-Manga momentan nochmal, weil ich ja irgendwie... Oh, du hast doch hier auch gerade das goldene Zeitalter gesehen, oder? Den Anime. Das hätten wir auch noch besprechen können heute. Stimmt, die drei Filme. Oh ja, auf Netflix. Hade ich ja auch schon vor einiger Zeit schon erzählt, aber... Ja, da kann ich auch nochmal... Und da lese ich halt deswegen gerade den Manga weiter, aber ich lese tatsächlich gerade noch einen anderen Manga weiter, weil Chiara mir den empfohlen hatte, weil sie da irgendwie drauf gestoßen ist, wie sie empfohlen wurde. Und zwar Dandar dann. Den kennst du den schon? Ja, ja. Das ist von... Der Autor und Zeichner ist einer der Assistenten vom Chainsaw Man Autor gewesen. Ah, okay. Den lese ich tatsächlich gerade noch, hat da sehr viel Spaß mit, weil ich... Das ist so ein kleines twerky... Quirky-Interessensgebiet von mir. Ich mag so... Ich interessiere mich total für so... Verschwörungstheorien-Kram. Also nicht jetzt im Sinne von, was ist die Impfung, sondern so... Das ist jetzt nicht so UFO-Geister und so weiter. Irgendwie ist das für mich... Finde ich das total spannend. Ich lese mich da gerne so ein, was die Leute so da denken. Ich dachte eher, du bist die okkulte Person. Ich bin eher tatsächlich auf der UFO-Seite. Ich bin weniger auf der okkulten Seite. Ich habe erst mehr auf der okkulten Seite. Ich bin mehr auf der UFO-Seite. Und genau darum geht es tatsächlich auch in dem Manga. Und der kriegt wohl eine Anime-Umsetzung jetzt im Herbst, worauf ich mich sehr freue. Und es kommt wohl noch ein Film zu Paripi Komei. Ein Film? Also ich habe nur mitbekommen, dass eine Live-Action-Umsetzung... Oder... Ich weiß nicht, ob es... Doch, es war ein Film, glaube ich. Ja, okay. Ich dachte, weil die Live-Action-Umsetzung wurde ja angekündigt. Ah, okay. Aber dass ein Film noch kommt, da bin ich auch sehr gespannt. Genau. Road to Summer, irgendwas. Weil die wollte ja quasi auf dieses große Sommer-Festival da spielen, mehr oder weniger. Und die hatte, glaube ich, jetzt diesen Gig. Und sie hatte quasi diese... In den letzten Season war es ja so, dass sie gewisse... Für diese Wildcard halt gewisse Anzahl Follower oder irgendwie sowas haben musste in einer gewissen Zeit. Das hat sie sich ja quasi... Gerade so erspielt gehabt. Und jetzt geht es wahrscheinlich noch darum, keine Ahnung, wie sie sich vorbereitet auf dieses große Sommerkonzert, wo sie spielen möchte. Dazu soll es, ich glaube, sogar diese Season einen Film geben. Also irgendwann in den nächsten ein, zwei Monaten. Ah, nice. Habe ich zumindest gehört. Weiß ich aber noch nicht. Aber wenn ich mehr dazu weiß, dann sage ich dir Bescheid. Du bist ja auch großer Film, Anime-Film-Fan, deswegen. Ja, ja. Ach, genau. Wenn wir gerade über Anime-Filme sprechen, ne? Ähm, Demon Slayer. Nächstes Season. Der Film kommt ja auch bald. Stimmt. Hashira Arc. Ja. Ähm. Weiß ich nicht. Also ich habe ja die Staffel gesehen. Ist doch schwach. Ja. Ja, super schwach. Also nicht, ob ich mir den Film nochmal angucken muss. Nee, nee. Es kommt ja neuer. Es ist ja die Fortsetzung. Ach stimmt, der Hashira Trainings. Stimmt. Hashira Trainings Arc beginnt. Ja, richtig. Aha. Stimmt. Nee, nee, nee. Sword Swim Village muss ich jetzt auch nicht nochmal mehr antun, aber, ähm, Hashira Trainings Arc kommt, ja. Hm. Ja gut, den würde ich mir tatsächlich dann, äh, angucken. Ja, dann kommt. Am 23. Februar, wie ich gerade sehe. Oh. Also praktisch quasi pünktlich zu unserem, äh, Urlaub. Zu meinem Urlaub. Ja, aber da bin ich dann halt nicht in Deutschland. Du auch nicht und der läuft dann in Kinos. Ja, schade. Ja, schade, ja. Ja, schade. Ist dann halt so. Also nach unserem Urlaub, wenn er dann noch läuft, müssen wir den mal irgendwie nachgucken oder so. Ja. Ja, schade. Ja, gut. Ist dann halt so. Alles klar. Dann, äh, war's das dann auch erstmal heute für die Folge. Wie gesagt, wir haben's auch eben gesagt, wir sind, äh, im Urlaub, deswegen wird die nächste Folge ausfallen und 1. April sind wir wieder für euch da mit der 60. Folge vom Anime Talk. Äh, schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir sind auf Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Kanälen verfügbar und hier unter anderem auch bei YouTube. Äh, schaut's gerne rein. Äh, teilt es gerne mit euren Freunden und, äh, ich hoffe, wir sehen uns dann dieses Jahr eventuell auf der einen oder anderen Messe. Ansonsten Jolina und ich, äh, oder uns seht ihr dann demnächst wieder hier. Dankeschön, Jolina, für die wunderbare Folge. Vielen, vielen Dank, Wiet, für die wunderbare Moderation und Führung und, äh, alles. Dankeschön und, äh, euch dann noch viel Spaß beim Anime-Schauen und beim Zuhören. Wir sehen uns dann hoffentlich und hören uns. natürlich bald wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.